Hey Dad, alles klar? Ja, aber hör zu, bevor es weitergeht, brauchen wir erst Verstärkung. Was, du meinst Gin? Nein, einen Freund. Oh bitte, jeden außer ihm. Ihn zu rufen bedeutet einen kleinen Umweg. Einen Umweg? Was wäre nach einem Umweg aus dir geworden? Kate, ich habe doch gesagt, deine Mutter ist... Genau, dann wärst du jetzt nur noch ein Schleimhaufen oder Schlimmeres. Ach, jetzt komm schon. Was Schlimmeres als ein Haufen Schleim gibt's doch gar nicht. Wir werden sie retten. Jetzt. Dad, es ist ihre Mutter. Dieser Friedhof ist doppelt so groß wie der hier. Du warst in ihrer Position. Hast du damals gezögert? Äh, Scheiße. Von hier sieht man die Grabstätte nicht. Sie liegt auf der anderen Seite des Dams. Kommt schon. Und wer sind die vier Kerle da oben auf dem Ding? Niemand. Die repräsentieren nur die vier Energiequellen. Wasser, Luft, Licht und Gas. Keine Emulsion? Der Damm wurde vor der Emulsion gebaut. Wow, so alt ist der? Heute gibt es doch kaum noch was, das so lange hält. Ein paar Sachen gibt es schon noch. Wisst ihr, vor einer Weile habe ich mal danach gesucht, wie viele Locust-Grabstätten es gibt. Alle Infos darüber waren geheim. Es gab Dutzende. Vielleicht sogar Hunderte. Die können unmöglich alle infiziert sein. Tja, wir werden es herausfinden. So oder so. Also gut. Über den Wartungsturm kommen wir in den Damm. Oh, Scheiße. Eine Sturmfronz. Die kommt schnell näher. Beeilen wir uns lieber. Wie viel Zeit bleibt uns, bis die hier ist? Nicht viel. Schwarm! Erledigt, bevor der Sturm kommt. Dafür haben wir keine Zeit. っぷkuschеру. Schwissi! Okay. Schau! Ich bin der Hohen! Ich bin der Hohen! Aufstehen! Auf meine Leere! Ich bin der Hohen! 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 Das wäre Glück beim nächsten Mal! Bewegung! Zum Flussbett! Krab sie! Die kann ich gut geworfen. Scheiße, zu spät! Die Sturmfront ist da! Wir müssen schnell zum Turm! Dort finden wir Schutz! Schwarm! Direkt voraus! Ab 66 Mö restoring den Hohen, der wird also gesessen. Waher ist entspricht! Wir leafeln zurück! Wäts Cath der Genug! Was ist das? Sturmfront wird heftiger! Wir müssen weiter! Kämpft euch durch! Der Kurs war schrönen! Der Kurs war schrönen! Der Kurs war schrönen! Das hat geklappt! Der Kurs war schrönen! Na schön, wer ist der Nächste? Ich bin der Ausgabe, Scheiße. Gehen Sie bitte! Da vorne ist der Turm. Lauft weiter! Kann dir irgendwer helfen? Pola! Die Sturmfront ist hier! Scheiße! Lass dich nicht davon erwischen! Wir müssen den Turm erreichen! Kann zu gehen! Scheiße! Lass dich nicht davon erwischen! Wir müssen den Turm erreichen! Scheiße! Lass dich nicht davon erwischen! Wir müssen den Turm erreichen! Lass dich nicht! Los, weiter! Sind fast da! Los, 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 los! Alle rein mit euch! Der Turm stürzt ein! Der Turm stürzt ein! Alle in Ordnung? Ja, glaub schon. Die Sturmfront ist vorbei. Aber wir kommen nicht mehr hoch! Da hinten ist noch ein Wartungsturm! Folgt mir! Kommt es nur mir so vor, oder ist der gesamte Planet nur darauf aus, uns zu töten? Geht nicht nur dir so! Abgehört, die Kur macht Brüche in der Planetenkruste für das schlechte Wetter verantwortlich. Davor waren es Sonnenflecken, dann atmosphärische Störungen. Keiner hat einen Plan. Geht mal an! Einer von Jins Vögeln ist abgeschmiert! Holen wir uns was! Ah, okay! Noch mehr Schwarm! Noch mehr Schwarm! Noch mehr Schwarm! Ich habe meine Schwarm! Noch mehr Schwarm! Und ich mache dich. Ich brauche Sie. Ich geh ja nicht mit. � Zurück in dein Nest. Er kommt schon. Schöne! Okay, alles sauber. Gehen wir in den Turm. Das Haupttor ist da oben. Hey, das schaffe ich nicht allein. Markus, du scheinst ja schon mal hier gewesen zu sein. Vor echt langer Zeit. Offizielle Chorangelegenheiten, sag ich mal. Fängt nicht gerade prickelnd. War's auch nicht. Okay, das könnte ein Problem werden. Danke Scheiße. Das ganze Gebiet ist befallen. Dann säubern wir's halt. Ich bin am Boden. Ich bin unterwegs zu dir. Da kommt noch mehr. Pass auf Scharfschütze. Vorsicht, Scharfschütze. Ich bin getroffen. Warte, ich halb hier. Ich bin in vorne. Ich bin in der Mitte. Ah, gut, money. Das Haupttor ist zu. Wir können es von der Sicherheitsstation aus öffnen. Ich hab's. Gehen wir rein. Na super! Wow, ich wette, hier war seit dem Krieg keiner mehr drin. Nicht mal, um die Leichen zu bergen? Nach dem Krieg hatten wir genug mit den Lebenden zu tun. Die Toten waren uns egal. Komm schon, hier lang. Hab sie! Schön! Schön!